Die Ludwig Nanopräzision GmbH ist ein Familienunternehmen aus Niedersachsen, das sich auf präzise Messtechnik im Bereich Kunststoffe und Elastomer spezialisiert hat. Präzise Messtechnik ist das Herz unseres Betriebes und nach unserer Philosophie der Weg zu belastbaren und qualitativ hochwertigen Produkten, die eine nachhaltige Zukunft ermöglichen. Beim LNP-Universaltester handelt es sich um die Entwicklung eines Messgerätes zur Qualitätssicherung im Bereich Elastomere und Kunststoffe. Das Besondere, alle Prüfverfahren von IADM bis Shoah können mit nur diesem einen Gerät abgedeckt werden. Die entwickelte Software erlaubt ein wesentlich genaueres und aussagefähigeres Messverfahren als die bisher in diesem Preisklasse vorhandenen herkömmlichen Herdeprüfgeräte. Der Einsatz von einem statt drei Geräten spart zunächst Ressourcen ein. Das Vermeiden von Produktfehlern hat Vorteile für Umwelt und Industrie. Dichtungen, Schläuche und Ohrringe tragen dazu bei, dass Stoffe in der Maschine dort bleiben, wo sie hingehören. Sie dürfen nicht austreten oder auslaufen und dann Schäden an Maschine, Mensch und Umwelt anrichten. Kunststoff- und Elastomere-Produkte sollen nicht nur Qualität halten und immer leistungsstärker werden, sie müssen auch ressourcenschonend und nachhaltig produzierbar sein. Auf diesem Weg unterstützen wir unsere Kunden in Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung mit unseren Produkten, Methoden und Dienstleistungen. Jeder Industriezweig, der sich mit Eigenschaften und Entwicklung von Elastomeren und Kunststoffen beschäftigt, profitiert von unseren Geräten. Zum Beispiel die Medizintechnik, Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie und deren Zulieferer. Unsere Geräte lösen seit vielen Jahren erfolgreich anspruchsvolle Messaufgaben an Bauteilen aus Elastomeren und Kunststoffen.